Guten Morgen im Dschungel bei Ich bin kein Star, ich bin zu Haus Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei der Dschungel Show Wenn du das erste Mal dabei bist und dir die Show gefällt Daumen hoch, Abo-Button drücken und vielleicht auch kommentieren Guten Morgen ist ein sehr, sehr gutes Stichwort Denn wir starten mit der Guten-Morgen-Szene, die wirklich sehr belustigend war Denn als Chris und Jotta aufwachten, stellten sie fest, dass sie ihre Hemden vertauscht hatten Außerdem gab es noch so ein bisschen Nachbesprechungen zur Schatzsuche am Vortag Wo es ja zu der Versöhnung zwischen Chris und Jotta kam Chris ist mit dieser Versöhnung alles angeallt glücklich Denn er wollte den ganzen Krempel außerhalb der Kameras klären Dass Jotta sich das nun werbewirksam zunutze gemacht hat Ja, hm Außerdem ist Chris die Psychospielchen-Light Denn das Camp ist doch ein reiner Psycho-Kampf Er will jetzt erstmal, wenn er raus ist, über seinen Manager einen Termin bei der Geschäftsleitung Der RTL machen lassen Hey, super Idee Dann ging es nochmal um Gisels Auszug Es wurde gezeigt, wie sie halt das Camp verließ Sie feierte sich für ihn nichts Gutes und hält sich wirklich für die Größte Für mich setzt sich der negative Eindruck von Gisels fort Und ich stelle wirklich die Frage Welche Begrifflichkeiten passen am besten zu Gisels? Egoistisch? Ego-manisch? Ego-zentrisch? Affektiert? Infantil? Hochmäßig? Oder einfach unreflektiert? Auch der gestrige Rauswurf wirkt noch bei Doreen nach Sie struggelt ziemlich mit sich selber, was sie vielleicht verkehrt gemacht hat Der Struggle von Doreen setzt sich fort Denn sie ist immer noch wirklich am Überlegen Mensch, ja, hier, dieser Mann, den ich da gekickt habe Hm, ich will den noch zurück und alles ist so schlimm und dies und dies und dies und das Ich bleibe trotzdem dabei, Leute Wir Männer lassen uns auch nicht von der Frau verarschen und kriechen dann beim ersten Anzeichen zurück Wo wir gerade beim Strugglen sind Evelyn ist ebenso im Struggle Und zwar geht es darum, dass sie ja bei dieser Dschungelschatzsuche tierisch von Jötter angeschnauzt wurde Jötter hat sie halt behandelt wie ein kleines, dummes Kind Er hat sie bei diesem Anschnauzen nicht nur angeschnauzt, er hat sie sogar mit der Hand so zurückgeschoben Das hat Evelyn natürlich bitter enttäuscht Nun suchte sie auch das Gespräch zu Jötter, um mit ihm darüber zu reden, was denn da los gewesen sei Jötter redet sich allerdings raus, das wäre ja alles so unbewusst gewesen und er hätte das alles so gar nicht gemeint Und es tut ihm ja so leid An dieser Stelle kann man wirklich sagen, der lügt Und woran erkennen wir, dass er lügt? Das ist ganz einfach erklärt, worum man erkennt, dass Jötter lügt Im Dschungeltelefon rechtfertigte er sich schließlich ja auch für seine Schatzsuchaktion mit Evelyn Dass er ja da im Recht gewesen sei und dass sie doch auch ruhig mal die Klappe halten könnte Und nicht nur das, im Dschungeltelefon zog er ja auch noch wirklich richtig über Evelyn her Anstatt gehört Lüten da wirklich zum Programm Kommen wir zur Prüfung Peter Orloff ging in die Prüfung Peter Superman Acht Sterne gab es zu holen? Drei holen Das lag aber weder an Peters Motivation noch an seiner, ja, ich weiß nicht, sagen mangelnden Leistung in der Prüfung Denn man hat schon gemerkt, er hat alles gegeben Der Mann ist fast Mitte 70 und guckt euch den mal an, der ist fitter als manch 30-Jähriger An alle Hater, ihr Wichser, macht es besser Ich bin trotzdem für das Alter Spitzenleistung Zum Schluss wurde es nochmal Zeit, dass die Camper bestraft wurden, denn Riegelverstöße Die Top 4 der Riegelverstöße waren Mikrofon zuhalten, zum Beispiel Chris Alleine im Dschungel spazieren gehen Jotta Kippen tauschen Lela Oder alleine Nachtwache halten Sehr markant hier natürlich wie der Giselle, die statt Nachtwache einfach weiterschlafen wollte Völlig egoistisch Ego ma Ich verweise nochmal auf die Abstimmung an Anfang bitte Folge war, Luxusartikel mussten dieses Mal alle abgegeben werden Abschluss der Sendung war dann heute der Rauswurf Es entschied sich dieses Mal zwischen Bastian und Lela Lela musste das Cam verlassen Fand ich ein bisschen schade, dass Lela das Cam verlassen musste In den letzten zwei, drei Sendungen hat man ja ein bisschen mehr von ihr gesehen Ein bisschen mehr von nichts, hä? Ich bin über Lela selber ziemlich enttäuscht, wie es da irgendwie so gelaufen ist Ich habe wirklich relativ viel von ihr erwartet Weil wie gesagt, ich kenne ja auch den Podcast Da ist sie echt unterhaltsam Aber was soll's Im Camp sind jetzt noch verblieben mit die Unterhaltsamsten dieser Staffel Und das ist letztendlich das Entscheidende für uns als Zuschauer Danke, dass du dabei warst Abonnieren, Daumen hoch und kommentieren Habe ich am Anfang schon gesagt In dem Sinne Stay heavy Bis morgen Dein MK Dein MK Dein MK Dein MK Bis shortcuts